Für was haben die sich als Jugendliche oder Jugendliche engagiert? Ich habe mich sehr früh schon engagiert für den Tierschutz. Wir haben immer Tiere gehabt und da habe ich schon als Kind mit begonnen. Ich bin auch mit meinem Mann gemeinsam im Tierschutzverein, also das war mir immer wichtig. Und ansonsten, da ich aus einer großen Familie kam, habe ich viel helfen müssen, so dass wir nicht die Freizeit hatten, so wie das heute üblich ist. Und in den Ferien mussten wir meistens arbeiten gehen, so dass da auch nicht allzu viel Zeit blieb. Wo in Ihrem Programm merkt man, dass Jugendliche Ihrer Partei wichtig sind? In unserem Programm merkt man eigentlich überall, dass Jugendliche wichtig sind und gerade eben auch mir persönlich. Ich bin selber Mutter von fünf Kindern und ich bin erst in die Schulpolitik gegangen, hier in Düsseldorf. Ich habe dafür gesorgt, dass wir den offenen Ganztag in Düsseldorf installieren, dass die Vereinbarkeit von Familie und Beruf möglich ist. Das hat sich dann hinterher auch fortgesetzt. Ich habe mich dafür eingesetzt, dass wir den Digitalpakt Schule, das heißt, dass wir hier in deutschlandweit die Digitalisierung und die Bildung eben voranbringen. Ich habe mich dafür eingesetzt, dass wir jungen Familien die Möglichkeit mehr geben, sich ein eigenes Häuschen oder eine eigene Wohnung leisten zu können, damit sie Familien bilden können. Da kommt das Baukindergeld her. Also das hatte immer was mit jungen Menschen zu tun und mit Familie. Welchen Aspekt des Klimaschutzes, den Ihre Partei verpennt hat, möchten Sie im Bundestag als erstes angehen? Also ich bestätige nicht, dass wir irgendwas verpennt haben, weil wir seit vielen Jahren auch für Forschung viel Geld ausgeben und wir haben die Wasserstoff, wir geben viel Geld in die Wasserstoffforschung und eben auch in die Umsetzung. Wir haben, egal ob es erneuerbare Energien sind oder eben auch die technologieoffene Forschung immer geguckt, dass man Technologie, Ökologie und Ökonomie gemeinsam denkt. Bildung, Arbeitsmarkt, bezahlbarer Wohnraum. Wie kann Ihre Partei die gleichen Chancen und Wohnungszugänge für alle Menschen garantieren? Also wir bemühen uns wirklich, dass für jeden was dabei ist und deshalb gibt es nicht nur den sozialen Wohnungsbau. Wir haben auch die Mittel für das Wohngeld erhöht. Wir gucken, dass auch eben Eigentumsförderung, dass die Eigentumsbildung möglich ist, weil das eben auch ganz wichtig ist. Also insofern gibt es einen Mix aus unterschiedlichen Angeboten und hier möchten wir für jeden etwas haben und da sind wir auf einem sehr guten Weg. Stichwort Wahlalter. Ab welchem Alter sollten Menschen bei der Bundestagswahl ihre Stimme abgeben dürfen und warum? Ich finde es wichtig, dass man auch sonst geschäftstüchtig ist. Das heißt, dass man 18 Jahre alt ist. Und ich finde, das ist ein richtiges und gutes Alter, wo man dann eben auch bundespolitisch mitbestimmen sollte. Und eben da hat für meine Begriffe das Alter und auch die Verantwortung, also wann bin ich geschäftsfähig, viel miteinander zu tun, weil für Deutschland mit Verantwortung zu übernehmen, mit der eigenen Stimme, halte ich für ganz wichtig und da sollte man eben schon eine ganze Menge wissen. Und deshalb finde ich 18 okay.